Musik In Jesaja Kapitel 52 Vers 7 steht eine Ermutigung, welche uns in Freude versetzen sollte diese Woche. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Boten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Ich bin Gott dankbar, dass ich ein Bote sein darf, welcher Friede verkündigt. In einer Welt, wo kein wirklicher Friede zu finden ist, möchte ich den wahren Friedefürst Jesus bekannt machen. Solange der Mensch nicht von Jesus den inneren Frieden durch eine Bekehrung bekommen hat, wird er immer wieder Unfrieden haben mit seinen Nächsten. Das Gute, das ich predigen möchte, ist folgendes. Jesus Christus hat deine Schuld, wofür du den Tod erleiden solltest, auf sich genommen und ist an deiner Stelle an dem Kreuz gestorben. Du kannst frei sein, wenn du sein Opfer annimmst. Ist das nicht eine gute Botschaft? Weiter möchte ich die Erlösung verkündigen an Menschen, welche gebunden sind durch Satan und keine Hoffnung mehr haben. Jesus kann dir helfen, deine Banden zerbrechen und dich freimachen. Gehe zu Jesus Christus und er wird dir neue Hoffnung schenken. Ich möchte noch zusammen beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du der Friedefürst bist und dass du uns die Erlösung gebracht hast. Somit hast du uns wieder Hoffnung für die Zukunft gegeben. Du bist der König im Himmel und auch auf Erden. Schenke, dass viele diese Botschaft weitererzählen, an eine Welt ohne Hoffnung. Das bete ich in Jesus' Namen. Amen.